ich habe mir heute ein hadith genommen den ich euch vorlesen möchte ein sehr schöner hadith mit sehr viel nutzen und der sehr leicht allah zu umzusetzen ist der prophet muhammad sagte die beiden worte die am leichtsten auf der zunge am schwersten auf der waagschale und im alabama am liebsten sind lauten subhanallah hiobahmdi subhanallah al-azim bedeutet preis sei allah und lob sei ihm preis sei allah die mahabenen ein hadith bei al-bukhari und muslim also hier hören wir ein sehr schönen hadith der prophet sallallahu alaihi wasallam sagt uns die beiden worte die am leichtsten auf der zunge die am schwierigsten auf der waagschale die am beliebsten sind für allah subhanallah hiobahmdi subhanallah al-azim zwei wörter und du füllst damit und du machst damit eine waagschale mit hassane sehr schwer dies ist der hadith für diese woche wie gesagt bei buchhari muslim ein sehr schöner hadith möge Allah azzawajal uns von denjenigen machen die ihre zungen dafür bewegen um subhanallah hiobahmdi subhanallah al-azim und andere al-azim öfter zu erwähnen wassalamu alaikum war rahmatullahi wabarakatuh bis zur nächsten woche mit dem nächsten hadith